Bevor wir in das Neujahr 2024 starten, möchte ich mit euch einen Blick zurückwerfen, was uns im Jahr 2023 so auf ULabs bewegt hat. Fangen wir an mit Image2Cart. Das habe ich Anfang 2023 entwickelt und war eine Art eigener Raspberry Pi Imager. Das heißt, man konnte sich dort auswählen, welches Betriebssystem-Abbild man haben möchte. Das wird runtergeladen, entpackt wenn nötig und auf die Speicherkarte geschrieben. Mich hat beim offiziellen Raspberry Pi Imager gestört, dass dort verschiedene Distributionen fehlen, die ich sehr wichtig und nützlich finde, wie zum Beispiel DitePi oder Appi in Linux. Außerdem wollte ich eine plattformunabhängige Desktop-Anwendung erstellen. Es funktioniert grundlegend, wurde aber nicht fertiggestellt oder veröffentlicht. Ich habe zwar vieles dabei gelernt, aber meine Zeit fließt großteils in die Beiträge und Videos plus die Infrastruktur hinter ULabs. 2023 ist endlich wieder das Jahr der Raspberry Pi's geworden. Über Monate und fast schon Jahre hinweg war der Raspberry Pi 4 kaum zu bekommen und wenn, dann nur zu deutlich höheren Preisen. Für die Variante mit 4 GB an Arbeitsspeicher wurden teilweise mehr als 200 Euro pro Stück verlangt. Zum Vergleich, da kam 2019 für knapp 60 Euro auf den Markt, also ein Vielfaches des ursprünglichen Preises. Das alles änderte sich im Juli, da habe ich dann auch einen Beitrag dazu gemacht, die Raspberry Pi-Welle, weil wir ab dem Zeitpunkt auf einmal eine größere Menge an Raspberry Pi's hatten, die zum normalen Preis verkauft wurden. Wohl auch wegen dieser Knappheit haben die Alternativen euer Interesse geweckt. Das zwar nicht erst seit 2023, aber eben auch in diesem Jahr, denn mindestens die erste Hälfte des Jahres war das Jahr weiterhin ziemlich schwierig, einen Raspberry Pi zu bekommen. Ich fand das ja von Anfang an schon ein bisschen schreckt, dass es einige Personen gibt, die den Raspberry Pi so als Maßstab für alles nehmen. Da galten dann zum Beispiel x86-PCs als Alternative zum Raspberry Pi. Ich betreibe schon seit Jahren einen eigenen x86-Server und würde es eher umgekehrt sehen, dass der Raspberry Pi zudem eine Alternative sein kann, wenn die Anforderungen eher gering sind. Man hat wenig Software, die braucht wenig Leistung und es reicht einem eine Platte ohne Ausfallsicherheit. Der Raspberry Pi kann das in diesen Umständen abbilden, aber er kann auch wesentlich mehr. Und genau das gibt in dieser Diskussion nach Alternativen oft Verwirrungen. Mein x86-Server, der ist in vielen Bereichen deutlich besser, der hat zum Beispiel mehr Leistung, mehr Speicher. Aber wenn es jetzt an Dinge wie GPIO-Ports geht, da ist der Raspberry Pi führend. Um die Diskussion ein bisschen sachlicher und nachvollziehbar zu machen, habe ich in diesem Jahr 2023 mehrere Beiträge dazu erstellt, wann was eine Alternative sein kann und wann eher nicht. Außerdem habe ich das noch durch einen weiteren Beitrag ergänzt, in dem es um verschiedene Fragen geht, die man sich vor dem Kauf stellen sollte, damit man eben die beste Plattform für sein Projekt findet. Was in diesem Jahr natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Raspberry Pi 5. Der war die große Überraschung, weil er ja ursprünglich erst für nächstes Jahr angekündigt war. Sogar wenige Monate vorher hat ihm ab noch gesagt, da wird dieses Jahr nichts mehr passieren. Ursprünglich war ja auch geplant, dass in Mitte 2023 erst mal die Planung für das neue Modell beginnen soll und aber dann die Produktion und der Verkauf nicht vor 2024 stattfindet. Doch es hat früher geklappt als geplant. Schon im September 2023 wurde er vorgestellt und nur wenige Wochen später, dann ab dem 23.10.2023, startete der Verkauf. Die Lieferbarkeit ist leider noch nicht so gut wie beim Raspberry Pi 4. Ich habe ja im Forum mal zwischendrin immer wieder gepostet, wenn es da bei einzelnen Shops welche auf Lager gab. Das war ein paar Mal der Fall, aber es ist eben noch nicht so gut, dass man den jetzt ohne Probleme kaufen kann wie beim Raspberry Pi 4, denn dort ist ja mittlerweile die Lieferkeit wieder voll gegeben. In verschiedenen Shops kann man den kaufen, in verschiedenen Varianten mit mehr oder weniger Arbeitsspeicher. Der Andrang ist nachvollziehbar, da Raspberry Pi 5 einige interessante Neuerungen enthält. Durch die PC-Express-Schnittstelle kann man eine M.2 SSD anschließen. Damit hat man erstmals eine verbaute Alternative zu den Speicherkarten, die ja weder für hohe Geschwindigkeiten noch für eine lange Lebensdauer bei entsprechender Schreiblast, die man regelmäßig hat, bekannt sind. Aber auch anderes Zubehör lässt sich mit relativ hoher Geschwindigkeit anbinden, ohne auf externe Schnittstellen wie zum Beispiel USB zurückgreifen zu müssen. Durch den steigeren Prozessor ist der Pi 5 auch deutlich schneller geworden. Selbst mit Speicherkarte merkt man das deutlich und zwar vor allem bei der Desktop-Nutzung. Da war bisher immer der Prozessor der Flaschenhals, der schon beim Surfen oft zu 100% ausgelastet war. Das fühlt sich schon mal deutlich besser an, daher ist hier für 2024 auch ein neuer Test geplant, um zu schauen, wie der sich als Desktop-Ersatz schlägt. Einige Inhalte zum neuen Raspberry Pi 5 gibt es schon hier auf ULabs. Zum Beispiel habe ich mir angeschaut, ob der Kühlung benötigt, wenn ja, ob das eine aktive Kühlung sein muss oder ob eine passive reicht, welche versteckten Neuerungen in ihm stecken, die ihr wahrscheinlich noch nicht gemerkt habt und auch mit der Stromversorgung, dass hier ein neues Netzteil gibt, habe ich mir angeschaut, muss man wirklich das neue Netzteil nehmen oder reicht auch ein älteres vom Vorgänger oder sogar von ganz anderen Geräten. Kurz vor dem Raspberry Pi 5 erschien auch noch das neue dazu passende Betriebssystem Raspberry Pi OS 12. Es basiert auf Deviant 12 Bookworm, in dem hat sich nicht so viel getan, aber im Raspberry Pi OS 12 dagegen einiges mehr. Zum Beispiel wurde X11 gegen Wayland ersetzt, das betrifft das Raspberry Pi OS mit Desktop-Umgebung. Das führte auf den Desktop zu weiteren Änderungen, zum Beispiel ist der bisherige VNC-Server noch nicht komplett mit Wayland kompatibel, daher wurde er ersetzt. Da dieser Wechsel komplexer ist und auch nicht bloß den Raspberry Pi betrifft, sondern die gesamte GNU-Linux-Desktop-Welt, habe ich da schon mal einen eigenen Beitrag gemacht, wo ich das genauer erkläre mit Kontext, warum das notwendig ist und so weiter. Technisch hat sich noch mehr getan. Statt Alza wird der Ton mit Pi-Buyer ausgegeben und für Netzwerkverbindungen, also LAN, WLAN, kommt der Network Manager zum Einsatz, den viele andere GNU-Linux-Distributionen schon seit längerem verwenden. Sehr cool finde ich, dass nun offiziell auch der Firefox-Browser unterstützt wird, inklusive Hardware-Beschleunigung. Bisher war das Chromium vorbehalten, man hatte also nicht wirklich eine Wahl. Und den finde ich aus verschiedenen Gründen problematisch, alleine schon, weil Google mit dem ein Monopol hat und das auch versucht, zum eigenen Zwecke auszunutzen. Ausgenutzt hat Microsoft auch die Gutgläubigkeit seiner Nutzer. Ich habe Anfang des Jahres mehrere Beiträge veröffentlicht, in denen ich erklärt habe, warum die Nutzung eines Cloud-Speicherdienstes ohne eigene Verschlüsselung ziemlich problematisch sein kann und auch gezeigt, wie man das mit der quelloffenen Software Kryptomat dort deutlich sicherer machen kann. Mein Hauptargument bei der Sicherheit war, der Cloud-Anbieter hat ohne Verschlüsselung vollen Zugriff auf alle Kundendaten, er kann reinschauen, kann die manipulieren und eben alles damit anstellen. Und selbst wenn ihr dem vertrauen solltet, ist er ein beliebtes Ziel als zentraler Cloud-Speicherdienst und wenn ein Angreifer den erfolgreich hackt, hat er die gleichen Möglichkeiten. Es gab schon einige bekannte Fälle, aber nur wenige Wochen später hat Microsoft mit einem Totalschaden ein Paradebeispiel geliefert, was da alles passieren kann. Deren Cloud-Dienst ist nämlich mittlerweile so komplex, dass viele Kunden und sogar Microsoft selbst ihn komplett falsch konfigurieren und damit jede Microsoft-Cloud-Nutzer Zugriff auf eigene Anwendungen von Unternehmen gewähren. Die Katastrophe wurde Bing-Bang getauft, weil man damit unter anderem bei Microsoft-Suchmaschine Bing die Admin-Oberfläche betreten und diverse Einstellungen vornehmen konnte, wie zum Beispiel Suchergebnisse manipulieren. Ähnliches war bei zahlreichen weiteren internen Microsoft-Systemen möglich, zum Beispiel msn.com, die ist weltweit auf Platz 45 der am meisten aufgerufenen Webseiten, dann die Microsoft-Hotline, der Power-Automate-Blog und man konnte Benachrichtigungen an Microsoft-Entwickler direkt senden. Ein paar Wochen später wurde dann auch Microsoft 365 komplett gehackt, da hat sich Microsoft einen Generalschlüssel klauen lassen, mit dem man in jedes Microsoft-Konto sich einloggen konnte. Sie haben das Ganze nicht nur nicht gemerkt, gemerkt hat es ein Kunde, der extra einen Aufpreis bezahlt hatte, um die Logs einsehen zu können und da festgestellt hat, da loggen sich Geräte ein, das kann nicht sein. Der Konzern hat es sogar versucht runterzuspielen. Nicht nur Microsoft hat die Sicherheit seiner Kunden in der Cloud vernachlässigt, auch Hikvision, einer der weltweit führenden Anbieter von Überwachungskameras, mit einem weltweiten Marktanteil von 22,6 Prozent, ist mit mehreren schweren und teilweise grob fahrlässigen Sicherheitsmängeln aufgefallen. Das ging so weit, dass einige Kriminelle diese Cloud-Systeme einfach anzapfen konnten und dort nach Pornografie geschaut haben, das wurde dann verkauft, inklusive Inhalten mit Kindern. Es gibt noch viel mehr Beispiele, was da alles geknallt hat in diesem Jahr, zum Beispiel Google Drive, da wurde zwar soweit öffentlich bekannt, der Anbieter nicht gehackt, allerdings durch einen Fehler verschiedene Kundendaten gelöscht. Eine Änderung in eigener Sache, Ich habe mit U-Image über viele Jahre hinweg einen kostenfreien Bildhoster angeboten, das heißt man kann dort seine Bilder hochladen und die mit anderen teilen oder verlinken. Leider wurde U-Image zum Upload von illegaler Pornografie missbraucht. Es gab daher eine Abuse wegen fünf hochgeladenen Bildern. Das geschah im Mai 2023. In der E-Mail setzte der Hoster eine Frist von nur einer Stunde, um die illegalen Inhalte zu entfernen. Diese E-Mail kam nachmittags, da war ich arbeiten, habe sie erst abends gesehen, dann hatte der Support keine Bereitschaftszeiten mehr, somit war dann das Ganze online, die haben eine Stunde später den Stecker gezogen, das war aber nicht mehr erreichbar und dann erst wie nach Klärung am darauffolgenden Morgen. Diese eine Stunde sei eine von der Polizei akzeptierte Frist und die einzige Alternative dazu, dass sie das System sofort offline nehmen. Ich bin natürlich absolut gegen sexuellen Missbrauch und entferne solche Inhalte umgehen, sobald sie mir bekannt werden. Da ich aber einem Vollzeitjob nachgehen muss, ist es mir unmöglich, innerhalb von nur einer Stunde zu reagieren. Ich habe daher keine andere Lösung gesehen, außer als Konsequenz den Upload für die Öffentlichkeit zu deaktivieren. Ursprünglich habe ich U-Image gegründet, damit wir einen Bildhoster für das Forum haben, wenn man dort Screenshots für Anleitungen, für Fehler und ähnliches postet, dass die zuverlässig, nachhaltig und vor allem datenschutztechnisch vernünftig gesichert werden, ohne davon externen Diensten abhängig zu sein. Zumal dort ja in den letzten Jahren einige geschlossen wurden. 2013 hat das Imageplanender für 2014 angekündigt. TinyPeak hat den Dienst 2019 nach 15 Jahren eingestellt und diverse weitere zeigen seit längerer Zeit bloß noch Fehlerseiten. Da kann man auch davon ausgehen, dass sie geschlossen worden sind, nur eben ohne Ankündigung. Bei anderen sieht es zumindest schlecht aus. Upload.de zum Beispiel hat den Upload im Dezember 2023 abgeschaltet. Die vorhandenen Bilder sind noch online, aber man müsste eben für neue Bilder die Serverkapazitäten erweitern und dafür fehlt schlichtweg das Geld. Ich habe U-Image damals bewusst offen gelassen, weil wir eben die Kapazitäten haben, doch noch für andere ein paar Bilder zu hosten. Aber unter den Umständen sehe ich mich dann gezwungen, den eben nicht mehr öffentlich anzubieten, denn es ist eben bloß noch für uns fürs Forum. Einschränkungen gibt es auch bei Google. Zum einen die Web Environment Integrity API. Dazu habe ich dieses Jahr auch einen eigenen Beitrag gemacht. Da geht es im Prinzip darum, man möchte erkennen, ob zum Beispiel Erweiterungen im Browser modifizieren und wenn das eine Webseite als unangemessen erkennt, dann werden ihre Inhalte nicht mehr ausgeliefert. Was das genau sein kann, ist schwammig. Da gibt es halt den großen Verdacht, dass man damit zum Beispiel Werbeblocker noch effektiver blockieren möchte als bisher schon. Und da Google ja Chromium und Chrome kontrollieren, haben sie es da auch einfach schon eben eingebaut. Da müssen sie ja mit keinem diskutieren, weil es ihr eigener Browser ist. So ein Monopol finde ich grundsätzlich gefährlich und daher positiv zu sehen, dass sich bei meinen Lesern hier von ULabs ein anderes Bild ergibt. Bei StatCounter zum Beispiel, da ist der Chrome in Deutschland ja mit rund 50% Marktanteil klar auf Nummer 1 und der Firefox, der letzte freie Browser, der kommt bloß auf 11% Marktanteil. Die Leser im ULabs-Portal dagegen, die nutzt im Jahr 2023 zu 32% den Mozilla Firefox. Chrome folgt erst auf Platz 2 mit 26%. Nun kann man sagen, naja, der Edge ist ja im Grunde auch bloß ein Chromium oder ein Chrome. Den könnten wir dazu zählen. Das stimmt. Dann wäre der auf Nummer 1. Aber trotzdem sind hier die Firefox-Nutzer deutlich überrepräsentiert im Vergleich zum Schnitt im gesamten Internet. Ebenfalls positiv ist, dass die Zahl der GNU-Linux-Nutzer bei mir mit 15% auch deutlich über den so zwischen 1,3 und 1,5 liegenden Werten von StatCounter.com sind. Zwar ist Windows immer noch auf Platz 1, aber es ist interessant zu beobachten, dass die Dominanz von Microsoft langsam aber stetig schwindet. 2022 nutzten noch 57% der Besucher Windows. Im Folgejahr 2023 ist deren Anteil auf nur 53% gesunken. Zeitgleich sind die Nutzerzahlen bei den GNU-Linux-Anwendern gestiegen. Offensichtlich haben also immer weniger von euch Lust darauf, dass sie von Microsoft mit immer enger geschnallten Daumenschrauben überrascht werden und eben immer mehr Werbung, Überwachung und sonstige Sachen, die man eigentlich gar nicht im Betriebssystem haben möchte, ertragen müssen. Nun kann man schwer ein ganzes Jahr in wenigen Minuten oder Punkten zusammenfassen. Neben diesen Highlights gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Themen, die ich trotz allem interessant fand und finde. Ein paar Beispiele. ARM hat in Raspberry Pi investiert. GitLab-Mitarbeiter dürfen kein Windows nutzen. Große HiFi-Hersteller lassen dich in einer Abo-Fahle laufen. Du kannst deren Internetradius bloß noch verwenden, wenn du ein extra Abo abschließt, das auch noch immer teurer wird. Große Traktor-Hersteller hindern ihre Kunden daran, dass sie ihre eigenen Traktoren reparieren. Das treibt Ausfallzeit und Kosten in die Höhe. Netflix wollte gegen Account-Sharing vorgehen, hat es aber dann doch nicht wirklich gemacht. Indien wechselt von Windows zu Linux, um die Sicherheit und Unabhängigkeit zu erhöhen. Mit Too Good To Go könnt ihr Lebensmittelverschwendung reduzieren und dabei noch Geld sparen. Red Hat schränkt den freien Zugang zu ihrem Quellcode und ihren Paketen ein. Mit Sable Diffusion könnt ihr eigene KI-Bilder generieren, und zwar lokal, ohne Cloud, ohne Abo und auch ohne Zensur. Venture ermöglicht es ganz einfach, mit einer Open-Source-Software einen Multiboot-USB-Sick zu erstellen. Debian und Windows kann man automatisiert mit einer Antwort-Datei installieren. Orange Pi 5 hatte ich als schnelle Alternative zum Raspberry Pi 4 ausprobiert und mir auch deren Betriebssysteme angeschaut. Es gab verschiedene PCs und Mini-PCs im Test, wie zum Beispiel den HP260G2 oder den HP ProDesk 600G2MT. Vieles davon erschien ebenfalls hier auf YouTube als Video. Alle genannten Themen und noch viel mehr, zum Beispiel, wie es mit Reddit dieses Jahr so lief, wie man OBS Studio unter Manjaro und Arch richtig einrichten kann und mehr, findet ihr alles auf youlabs.de im Portal. An dieser Stelle möchte ich allen dafür danken, die an youlabs mitgewirkt haben. Von denjenigen, die sich aktiv im Forum beteiligen und damit die Community am Leben erhalten, bis zu den Moderatoren, die dort auch mal aufräumen und eben bei den Themen unterstützen, haben alle ihren Teil beigetragen. Ebenso ein Danke an alle Leser und Zuschauer, die sich meine Inhalte anschauen, beziehungsweise sie lesen und weiterempfehlen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Möge es ein gutes Jahr werden, in dem ihr gesund bleibt, eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen können. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch im kommenden Jahr wieder hier mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und habt eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss.